Für die Gras von Gütersloh Marcel Zuhun-Haref und für die Gras von Limburg Ali Jakukov. Die Gras von Limburg Ali Jakukov. Die Gras von Limburg Ali Jakukov. Hier hat er eine 2 gegeben. Hier auf der Lecke. Er hat eine 2 gegeben. Das ist auf deinem Video. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich bin gerade schon auf den Fotos. Die Gras von Limburg Ali Jakukov. Die Gras von Limburg Ali Jakukov. Die Gras von Limburg Ali Jakukov. Schön hängen rein. Aber ich unter dir auch nicht so gerade. Was sagen Sie ab jetzt? Was sagen Sie ab jetzt? Ha? Ja, aber Schiri. Ich mach es nicht mal fringeln. Es gibt gar nichts so was. Ich dachte, er kann es fringeln oder was? Ich darf es einfach weiter rein. Muss nicht immer gut sein. よ!" Schreibe los! Auffaz nach René. Hör Frau Frache! Passiv! Schreibe los! Komm! Woah! Das ist doch ein Scheiß! Abgefiffen, außerhalb. Entschuldigung. Weiter! Hey, da ist kein Ausland! Überarme, Junge! Hinterwand rum! Und ich will den Köpfen vor! Genau, ruf die Namen! Überarme, Hinterwand zieh! Halt! 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 Schultersieger für den KSV Br於dafno, Marcel Zbonharef. Halt! 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 Halt!